Moin Leute, wir wollen heute über Märkte sprechen. Naja, nicht über diese Märkte, sondern über Märkte im wirtschaftswissenschaftlichen Sinne. Beginnen wir zunächst mit einer Definition. Was ist überhaupt ein Markt? Kurz gesagt, ist ein Markt der Ort, an dem Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Und aufgrund dieses Aufeinandertreffens von Angebot und Nachfrage bilden sich die Preise, also die Preisbildung findet statt. Aber wie entsteht überhaupt so ein Markt, das Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen können? Wir als Konsumenten haben in irgendeiner Weise Bedürfnisse, und zwar Bedürfnisse nach einem Gut. Um diese Bedürfnisse mit Kaufkraft decken zu können, werden sie zum Bedarf. Wenn wir diesen Bedarf haben, dann wollen wir das Gut ja auch kaufen. Das heißt, der Bedarf der Konsumenten ist groß genug, damit in irgendeiner Weise Nachfrage entsteht. Wenn diese Nachfrage entstanden sind, dann kommt der Markt ins Spiel. Denn wenn der Bedarf zur Nachfrage wird, trifft diese Nachfrage auf den Markt und damit auch auf das Angebot der Unternehmen. Das heißt, irgendwann kommt das auch bei den Unternehmen an, dass Nachfrage da ist und die Unternehmen stellen ein Angebot zur Verfügung. Das Angebot, das sind all die produzierten Güter und die bereitgestellten Dienstleistungen der Unternehmen. Und nun nochmal zum Schluss ein paar Dinge, die ich sehr interessant finde zum Thema Markt. Zunächst einmal das Grundprinzip des Marktes. Das Grundprinzip des Marktes ist letztendlich der Tausch. Das heißt, durch die Verwendung eines Tauschmittels, das im Ernstfall allgemein anerkannt ist, zum Beispiel Geld, kann der Tausch durch Gut gegen Gut stattfinden. Das bedeutet, das Grundprinzip des Marktes ist der Tausch. Und dieser Tausch kann zum Beispiel in Form von Geld stattfinden. Wenn ihr noch mehr zu diesem Thema wissen müsst, dann sind wichtige Begriffe auf jeden Fall Marktversagen. Über Marktversagen werden wir in einem eigenen Video noch ganz ausführlich sprechen. Das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Da könnt ihr einfach auf das Video draufklicken, findet ihr auch hier an der Stelle in der Infokarte. Des Weiteren ist auch der erste Hauptsatz der Wohlfahrtsökonomik wichtig. Über diesen können wir auch nochmal sprechen. Und das war es auch zu diesem Video. Was ist ein Markt? Ein Markt ist der Ort, an dem Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Und damit auch vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Hashtag gemerkt, wenn es euch gefallen hat und geholfen hat. Abonniert auch gerne den Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Hilft mir sehr, freut mich unglaublich. Schaut auch gerne mal in die gesamte Playlist Wirtschaftsgrundlagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.